Ach, so eine Scheiße! Wir können uns auf jeden Fall erst mal auf ein paar Tage Werkstatt einstellen. Was passiert, wenn wir unser Leben wieder selbst in die Hand nehmen? Was, wenn wir alle Sicherheiten aufgeben? Wenn wir den Mut aufbringen, auf die Reise zu gehen? Eine Reise, die uns an unsere Grenzen bringt. Da hängt jemand in unserem Auto! Boah! Keine Ahnung, wie es jetzt weiter geht.